Musik 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 Ja, das Positive an einer geringen Auswahl ist natürlich eine schnelle Kaufentscheidung oder auch gar keine. Ja gut, was anziehen muss man ja. Insofern haben wir hier das schöne Beispiel Präsent 20, das durchaus bei der Einführung zum 20-jährigen Jubiläum der DDR erstmal auf große Freude stieß, denn es war was Neues, es war durchaus auch etwas Modisches. Dann ist es aber das Besondere an der DDR, dass es eben alles in Fünfjahresplänen entwickelt wird und dass auch Größen genormt sind, einfach weil man es in dieser Serie herstellen muss. Es gibt eine sehr schöne Eingabe, wie man das ja in der DDR nannte, wenn man sich beschweren wollte, in der dann steht, wann lernen die Genossen endlich, dass wir nicht quadratisch sind. Also im Prinzip dieses Rangeln darum, auch etwas Individuelles zu haben. Und das ist in der Tat nicht so einfach zu bekommen in der DDR. Und das Präsent 20 steht dann eigentlich so für diese Einheitsmode und für dieses schwerfällige Verändern, was natürlich bei Mode tödlich ist, denn selbstverständlich ändern sich Geschmäcker schnell und man möchte auch etwas anderes haben als vielleicht die Freundin oder der Freund. Aber es gab dann auch Leute, die sich zu helfen wussten, zumindest in gewissen Grenzen. Ja, es gab Modezeitschriften ja auch in der DDR und da gab es dann Schnitte drin, wo man dann im Prinzip selber tätig werden konnte, was auch viele gemacht haben. Oder man konnte in Boutiquen, und dieses Beispiel haben wir eben auch in der Ausstellung von Josefine von Krepel hier am Kollwitzplatz, eben auch individuelle Entwürfe kaufen. Das Besondere ist, und das versuchen wir ja unseren Besuchern auch zu zeigen, dass man eben nicht einfach auf Material zugreifen konnte und sagen konnte, ach, dann habe ich jetzt einen Schnitt und dann mache ich mir eben mein eigenes Abendkleid oder meinen Anzug. Sondern das Problem ist eben, wo kriege ich das geeignete Material dafür her. Frau von Krepel hat da sehr kreative Wege gefunden, Stoffreste oder übergebliebene Waren auf Messen einzusammeln und dann eben zu verwenden. Und so sind sehr viele unterschiedliche, ganz kreative Entwürfe entstanden, die dann auch bei den Menschen sehr beliebt waren. Josefine von Krepel, die spätere Museumsgründerin. Ja, sie hat auch ein Museum. Auch da geht es ja selbstverständlich um ihre Mode und um das, was sie gemacht hat. Wir haben hier den Aspekt eben dieses, ja, dieses Individuellen, dieses Versuchs eben auch auszubrechen aus der Masse, was ja auch gelungen ist. Dennoch muss man auch hier wieder sagen, das geschieht in einem Staat, in dem eigentlich alles überwacht wird, natürlich auch nicht ohne Überwachung. So, dass also auch das natürlich sehr kritisch beäugt wurde. Also alles, was individuelles Unternehmertum eben war, ist selbstverständlich per se nicht gewünscht in der DDR. Trotzdem gibt es Beispiele dafür. Umso interessanter sich die hier anzuschauen. Die Flucht ins Privatleben mit den Mitteln der Datsche. Das Entscheidende ist, dass dieser Rückzugswunsch, den kennen wir heute auch noch, also Kleingärten, Schrebergärten, das gibt es ja durchaus heute auch noch. Warum wir es hier in der Ausstellung haben, ist eigentlich auch wieder der Hinweis darauf, dass man versucht hat, diesem Kontrollzwang der SED zu entkommen. Und dann sagt man natürlich, klar, Urlaub ist eine wichtige Möglichkeit. Viele konnten nicht verreisen, aus den schon genannten Gründen, oder weil man es eben auch sich nicht leisten konnte. Und deswegen bekommt diese Datsche, dieser Rückzugsort, entsprechend natürlich eine größere Bedeutung. Und dennoch muss man auch hier sagen, einerseits ist es die schöne Zeit, die man hier erlebt. Es ist auch hier, man feiert Geburtstage, gerade im Sommer. Jetzt ist auch Sommer. Man geht grillen. Also das sind natürlich all diese Dinge, die man auch heute macht. Aber auch hier ist immer die Frage, in welchem System funktioniert das und wo gibt es dann schon wieder Einschränkungen oder wo gibt es eben auch Besonderheiten. Viele erinnern aber natürlich einfach auch schöne Zeiten in ihrem Ferienhaus oder in ihrer Datsche, in ihrem Kleingarten. Und das ist etwas, was man als Thema selbstverständlich hier auch zeigen möchte. Es gab in der DDR Reisebüros. Was haben die denn angeboten? Reisen? Ja, selbstverständlich haben die Reisen angeboten. Auch hier ist das Angebot überschaubarer gewesen natürlich. Und es ging vor allem in das sozialistische Ausland und eben nicht in den nicht-sozialistischen Wirtschaftssektor. Also alles, was im Westen war, das war eben, wenn nur mit besonderer Erlaubnis möglich und wurde dann natürlich auch Reisekader genehmigt. Das wurde nicht übers Reisebüro gemacht. Aber das Thema Reisen ist für den Alltag auch ein ganz wichtiges Thema. Das Thema Urlaub, das Thema Rückzug. Und wie verbringt man diese Zeit? Und wir stehen hier also an einem Trabant mit Dachzelt. Und das ist also eine Möglichkeit, Campen zu gehen oder Camping zu machen. Das hat es nicht sehr oft gegeben in der DDR. Aber es gab es nämlich auf Grundlage eines erfinderischen Kopfes, der sich dieses Dachzelt überlegt hat. Privatmenschen. Privatmenschen, ähnlich wie bei dem Thema zur Mode. Gibt es also auch hier jemanden, der etwas gedeckt hat, was die SED mit ihrer Planwirtschaft nicht decken konnte und dementsprechend man es ihm erlaubt hat. Und er hat eine bescheidene Produktion, die aber immerhin 20 Mitarbeiter am Ende umfasste, in Gang gebracht, um eben diese Dachzelte herzustellen. Und einige sind damit dann auch eben in Urlaub gefahren. In der DDR natürlich meistens wahrscheinlich. In der DDR oder ins benachbarte Ausland, sofern das möglich war. Also es war ja auch da nicht einfach so möglich, dass man gesagt hat, man fährt jetzt mal los bis nach Polen oder weiter. Sondern auch das war natürlich erst mal mit Anträgen verbunden. Aber tatsächlich, wir haben auch Ungarn natürlich als Beispiel, wo dann viele hingefahren sind. Und dementsprechend ist Camping auch hier ein Thema. Auch hier gilt es aber eben um diese Umstände. Also natürlich fragen wir hier, warum konnte man nicht in andere Länder reisen? Was bedeutete das? Und welche Sehnsüchte verbinden sich eigentlich mit diesem Thema? Wenn man in ein Reisebüro gegangen ist und gesagt hat, ich möchte gern 14 Tage Ungarn? Ja, also erstmal muss man es natürlich nicht mit dem Reisebüro von heute vergleichen. Also es ist natürlich auch hier ein ganz begrenztes Kontingent. Es ist nicht unendlich viel möglich, in diesem Reisebüro zu buchen. Dann hat es etwas mit Geld zu tun natürlich. Und es hat etwas damit zu tun, ob sie es überhaupt dürfen. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass jeder in ein Flugzeug steigt und dann nach Ungarn fährt. Auch das hängt von Genehmigungen ab, auch das hängt von Bedingungen ab. Und die müssen alle erfüllt sein, sodass man also nicht wie heute jetzt einfach last minute sagt, ich setze mich mal ins Flugzeug und gucke mal, wo die Reise hingeht. Also insofern ist dieser Begriff vielleicht dann ein bisschen irreführend. Wir sehen aber, dass die Reisebüro von heute ist. Wir sehen aber ja auch, dass die Unzufriedenheit der Menschen in der DDR am Ende der 80er Jahre so groß ist. Und deswegen gehen sie auf die Straße und fordern in der friedlichen Revolution eben nicht nur, dass die Mauer fällt, sondern eben auch die Reisefreiheit und überhaupt die Freiheit, sich bewegen zu können, wie man selber möchte. Das ist sicherlich auch ein ganz klarer Ausdruck, dass das nicht gereicht hat. Der Volksabstand von 1953 ist natürlich der stärkste Beweis, dass man versucht, sich da zu befreien und das abzuschütteln. Der wird brutal niedergeschlagen und ist dann auch sicherlich für viele ein Trauma, das in Erinnerung bleibt. Über die Jahre nimmt das aber auch tatsächlich immer mehr ab, dass diese politische Einflussnahme auf den Einzelnen so stark ist. So erklärt sich auch, warum Witze in der DDR auf einmal immer deutlicher auch die SED-Parteiführung kritisieren oder sogar Erich Honecker aufs Korn nehmen. Etwas, was in den 50er Jahren sicherlich nicht denkbar war, ist in den 80er Jahren möglich. Auch einfach, weil dieser Widerspruch immer offener zutage tritt. Einerseits verkündet die Partei Fortschritt und immer wird es uns besser gehen. Und es gibt nur Erfolgsmeldungen in den Zeitungen. Und dann sehen die Menschen, wie ihr Alltag aussieht. Und dieser Widerspruch, der ist am Ende eigentlich nicht mehr zu überbrücken. Weder durch Auszeichnungen, noch durch neue Parolen, noch durch irgendetwas anderes. Und gerade die jungen Menschen, die sich sagen, na wie soll es denn hier weitergehen? Ich habe keine Perspektive. Die gehen auch so ein bisschen sicherlich mit dem Mut der Verzweiflung auf die Straßen. Was können wir lernen? Ja, also zum einen lade ich Sie, eine Selbe herauszufinden. Und zum anderen ist es natürlich schon, Sie haben keine Wahl in der DDR. Das ist am Ende in den kleinen privaten Situationen sicherlich individuell unterschiedlich. Da kann man natürlich sich entscheiden, wen möchte ich heiraten oder nicht? Oder möchte ich heiraten oder nicht? Das ist klar. Aber die Partei gibt einen Rahmen vor, aus dem sie nicht ausbrechen können. Und wenn sie ausbrechen, müssen sie mit Konsequenzen rechnen. Und sich darüber Gedanken zu machen, was das für unsere heutige Zeit bedeutet, was das vielleicht für Unterschiede gibt oder wofür es sich vielleicht auch einzutreten lohnt, wenn wir darüber reden, dass man auch ein Wahlrecht hat, eine Regierung zu ändern oder eine Partei zu wählen, dann ist das sicherlich etwas, wo wir hier anregen möchten und wo wir auch Geschichte lebendig werden lassen möchten. Wer sind denn eigentlich so Ihre Besucher? Also mischt sich das so Ost-West-Touristen? Ja, also es ist ganz gemischt tatsächlich. Ganz am Anfang waren es sehr viele Berlinerinnen und Berliner, die zu uns gekommen sind. Und jetzt muss man sagen, sind wir auch hier langsam angekommen. Also wir sind Teil des Touristenprogramms, wenn man Berlin besucht. Das ist sehr schön. Oder zumindest, wenn man den Prenzlauer Berg besucht. Und die Diskussionen, ob aus Ost oder West, aus Nord oder Süd, die finden sich zum Teil auch sehr in unserem Gästebuch. Also da wird auch zum Teil heftig noch gestritten, ob der Alltag nun so war oder ob die Aussage, die wir hier treffen, so richtig ist oder ob man es anders darstellen müsste. Also es ist nach wie vor, auch 25 Jahre nach der Wiedervereinigung, ein sehr lebendiges und ein sehr wichtiges Thema, das uns die Möglichkeit gibt, über Geschichte eigentlich auch etwas über die Gegenwart zu lernen. Wenn man als Besucher kommt, kann man hier einerseits in die Dauerausstellung gehen, aber Sie haben auch wechselnde Ausstellungen. Ja, wir haben einen Wechselausstellungsbereich, in dem wir aktuell eine Fotoausstellung von Harald Kirschner zeigen, in dem wir demnächst Ende September eine Fotoausstellung von Harald Schmidt zeigen werden, aber in der wir auch die Gelegenheit haben, andere Themen aufzugreifen. So werden wir im Frühjahr nächsten Jahres dann eine Ausstellung zum Thema Formgestaltung in der DDR machen, Design in der DDR und auch da die Frage stellen, unter welchen Bedingungen war Arbeit am Design, an Produkten in der DDR möglich und auch das ist sicherlich ein ganz spannendes Thema. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Das Museum in der Kulturbrauerei hat immer dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und der Eintritt ist übrigens frei. Soweit von uns. Danke, dass Sie reingeschaltet haben und machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017